Hallihallöchen, willkommen zurück bei The Tribe, es euch einen wunderschönen Dienstag, äh, Dienstag, ja, ist klar, wunderschönen Samstag, ich hoffe, ich hoffe, ja, ich hoffe ja, ihr hattet alle ne, ne, schöne Ostertage, die sind jetzt schon wieder vorbei, na, die sind wieder vorbei, kein Ostern mehr, Ostern ist vorbei, so, kein Ostern mehr, gibt kein Ostern, Ostern ist vorbei, ja, ...Neh? ...Doodoo duuuu ...Fair wins in Hungry Fish ...mhm So Das gibt's doch nicht Zwei Stück fehlen Zwei Stück fehlen, super Klappt, läuft So, ja, dann, ja Ja, das könnten wir jetzt abreißen Ne, können wir nicht abreißen Das könnten wir Ja, das könnten, ja Naja, wir gehen mal zur Insel der Antike Ja, Samstagszeit, Tribeszeit So Wunderbar, war das so viel hier gerade Ja, natürlich Werbung Werbung muss sein Kaufen, kaufen, kaufen Erkunden Nein, ich will nichts Lass mich in Ruhe Diese Werbung Werbung Die zarteste Versuchung Ich wollte dich auch gar nicht angeklickt haben, Mann Ich wollte dich gar nicht angeklickt haben, hier So So, 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 so Ach so, warte mal Könnten ja auch, ne Für drei Minuten hier Mal ein paar Melonen pflanzen Zwei Ripper Sind du schrägst Mein Mein Haben wir so viel Essen ausgegeben? Zack Zack Alter, warum sind da so viele Morlocks? Wo sind die ganzen Morlocks jetzt hin? Weg Weg sind sie So muss das sein Zack 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 Oh Ja, ja, ja Sparspein ist voll Ja, ja, ja Ich kaufe trotzdem nichts Ich will nichts kaufen Lass mich in Ruhe Späbe keinen Euro aus Das wäre mir glatt ein Grau Oh ja So, was haben wir denn hier in den Taschen? Haben wir hier Taschen? Ja, eins Lager verschieben Okay, Essen und Marmor Nochmal Essen Habe ich kein, kein geschnittenes Brot hier Äh, also Bretter Das ist aber schlecht Das ist aber sehr schlecht So Ja Machen wir hier Sternenleben Fabrik Macht mir ein Sternenleben So Zufriedenheit Level 91 Ja, das dauert noch ein bisschen Ich möchte irgendwas bauen Hier, Rigoturionsbüro Das macht euch alle fröhlich Wo baue ich das denn jetzt gerade hin? Ne, da möchte ich es nicht haben Da auch nicht Da auch nicht Hier auch nicht Ich kann es hier nirgendwo bauen Hier ist nirgendwo Platz, Mann Das ist alles zugewuchert Äh Gleich kann ich wieder nix bauen Weil hier alles vollgewuchert ist Beziehungsweise alle Essenssachen ausgegeben habe Wo sind die jetzt alle? Kommen die jetzt hier hin oder was? Was ist hier los? Ja Ja, ja Ich weiß, ich habe die goldene Schippe Will ich aber jetzt gerade nicht Rigoturionsbüro Wo sind das? Wo sind das jetzt hin? Hä? Da Zack Mist Mist Lalalalalala den hammer ernannt ernannte gubernante ich gebe dir gleich mal ein pad auf den schädel jungen zack drei stück haben wir noch die 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 so geht doch mal eine runde angeln wollte ich das sagen was können wir machen das turmhaus finde das turmhaus erfordert zufriedenheit level 91 das war doch sowas von klar das gibt es ja nicht das gibt es nicht die 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 so normales holz die batterie aber nicht aber nicht stein sind stein hammer ein bisschen kleberband hier so zack das wollte ich nicht so da wollte ich hin so dann haben wir hier alles erledigt haben wir nicht wir haben kein mobil lebkuchenmann platzieren gute gute laune lebkuchenmann macht gute laune am lebkuchen gute laune wenn ich will bestaune mach die 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 Das macht auch gute Laune, ja. Okay, Denkwähler. Nee. 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 Okay, aber ich kann kein Korallenhaus mehr bauen. Wken wir noch irgendwo, Fressi, Fressi? Äh, Wuxang, sollten wir vielleicht gucken. Fressi.... Fressi..... Das sieht noch gut aus. Uuuhh Uuuhh Zack Zack So Und dahin. Zack. So, abzockt. Ich bin jetzt voll Küste. Küste. Wir brauchen viel, viel mehr Essen, 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 Essen. So, warte mal. Apropos Essen, Essen, Essen. Wir müssen hier erstmal das mal laden und entsichern. Erstmal laden und entsichern. Sehr wichtig. So. Hier müssten auch mal ein paar Häuser noch gebaut werden, können, müssen, tun. Okay, äh, wahrscheinlich müssen hier erstmal Freundlichkeiten gebaut werden. So. Vollendetiv-Quest. Das ist, äh, was ist denn hier? So. Äh. Ich hab keine Ostereier, Mann. Tempel der Aslaten. Okay. So. Rituale. 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 Sieht doch gut aus. Wat in Schmaus sieht das Gute aus. Ja. Äh. Lass mal ein Gucken hier. Lass mich doch erstmal schauen. Zack. Okay. So. We do not know what to do with this. tt tt so So. Oh. Okay. 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 Oh. 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 Okay. Okay, okay, okay. Schade. Schade. So, das Anteil der Ahnen. Du konntest Ahnen. Es waren nicht immer nur Ahnen. So. Warum zum Furz ist da wieder alles zugewachsen? Du musst es später probieren. Ja, 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 ja. Boah, das kostet so viel, da immer jedes Mal dieses Zeug zu produzieren. Ja, 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 ja. Okay. Das Zeug zu produzieren, eh. Okay. 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 Es kostet so viel. Es kostet so'n Spaß. Voller Rhi und voller Ras. Boom. Okay. Yo. Yo. Okay. 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 Da. Da. Zuck. 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 So. Einmal auf die Karte geschaut. Zuck. 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 sandige sande ab zum marmorfjord noch ein bisschen sand hin so alles hier durch ja dann müssen wir zur moorlog insel zur moorlog insel das ist so fein hier brennt es wie ein schwein hey brillant du erledigst alles alleine ich muss jetzt leider gehen ja ja ich würde ich würde jetzt gerne mal eben schnell die verteidigung hier aufbauen und reaktivieren das wäre recht schön so aktiviere den götzen wieder erstellen gut na gut den kommen auch einfach mal kürzlich dadurch laufen lassen kürzlich 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 du musst es später probieren kürzlich 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 Wir wissen nicht, was damit zu tun ist. Wir müssen noch was zu essen haben. Du musst später versuchen. Mein Rippo ist in Schreed. Schreed. Das ist der Schreed. Der Markenschreed. So, Berg vor Lanz. Da, 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 da. So, wie sieht's denn hier aus? Hier sieht's ein bisschen mager aus. Ein bisschen mager. Ein bisschen hager. Achso, hier. Du musst später versuchen. Lalalalalala. 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 Hui. Eine Enderung. Die Enderung. Die Enderung. Die Enderung. Die Enderung. Die Enderung. Cool. Die Enderung. Die Enderung. Die Enderung. Die Enderung. Die Enderung. Die Enderung. So. Kann man nochmal Häuser hier bauen? oder sowas? Nee, gar nicht, ne? Warum können wir denn hier keine... Doch, da könnten wir ein Haus bauen. Da brauchen wir nochmal ein bisschen was für. Äh, auf dieser Insel nicht verfügbar. Aber warum ist denn das als Quest dann, äh, naja. Ich muss nicht immer alles verstehen. Ich muss nicht immer alles verstehen. Äh, erfordert Verbesserung des Haupthouses. Was können wir denn machen, damit das das Haupthouse überhaupt gut ist? Verbessern. Ach, dafür brauchen wir... Ach so. Also, mal doof. Da muss ich halt doch noch Sachen hier rüber schicken. Äh, ist aber... Ja. Ja. Also, aber jetzt... Ja. Es ist aber sehr, äh, unangenehm. Das ist jetzt aber sehr unangenehm. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Puh. Äh, erst mal Kohle verdienen. Dann muss ich ja doch noch hier, äh... 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 Äh, 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 äh... Äh, dann muss ich ja doch, ähm... Ein bisschen Zeugs hier rüber schicken, ne? Das ist jetzt aber... Das ist aber jetzt unschön irgendwie. Nee, jetzt hab ich hier... Naja. Das ist jetzt... Ja. Sehr unpassend, könnte man auch sagen. Da, so. Äh, so, kurzen Moment. So. Dann haben wir das jetzt. Dann würde ich mal eben kurz, äh, Korallen rüber schicken. Koralle. Oh, du alle Koralle. Zack. So. Ähm. Buch der urbaren Erde. Da, 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 da. Wupp. Wie sieht hier aus mit Käse? Käse. 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 Oh, du Käse. Wiederherstellen, wiederherstellen. Das war's auch schon wieder. Das kann man nicht. So. Ach so. Shit. Ja, ja. Ich würde... Egal. Runsie bumsie bumsie bumsum bum bum. Brumse bumse. Kartee. Oh, kartee. Oh. Schicke mir doch noch was zu essen So, ja, toll, wäre es schön gewesen So, ab zum Kap der Fischer So So, zack, verbessern Ist direkt in the making Ist direkt in the making So Kennen wir nix So, Sandbeuchten Hat denn jemand hier noch irgendwo Sand? Oh, warte mal Erstmal machen wir hier Wettbewerb mit Das ist nämlich auch schön Dann können wir nämlich ein bisschen was leisten Ja Da 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 Das bist du, das ist Babs. 96, 97, 98, 99, 100. Ah, wunderbar, glücklich bis ans Ende. Glücklich bis ans Ende, wir sind schon bei 30 Minuten, das gibt es immer. Was mache ich denn hier die ganze Zeit? So, Korallen, ja, hier, Claudia, die hat Sand. Bei der Claudia, schauen wir vorbei. Bei der Claudia, da haben wir Sand. Wer hat denn noch Sand für uns? Die Claudia hatte Sand. Keiner mehr Sand für uns? Ihr seid aber auch sehr, äh, eigen da, ne? Das muss man, Ladeanlage herunter. Da muss ich die Anlage noch befreundet. Strom. Es macht ja Fortschritte hier, ne? So, Daniela. Bam. Bam, bam, bam. Na, was habe ich denn jetzt gedrückt? Ich habe es übersehen. Achso, hier haben wir geklickt. Ja gut, Lava, Stein oder was auch immer das ist. Lava Glas, ja gut. Lava, Stein oder Lava Glas. Passt uns selber. Lava nicht. Mala. 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 So, heute gibt es keine Geschenke. Ich habe nämlich auch keine gekriegt. Jetzt habe ich nämlich die Nase voll. Jetzt gibt es keine Geschenke mehr. Für keinen. Sandige. Sandige. Sand, Sand, Sand. Sand, Sand, Sand. Oh, da brauchen wir 750 von. Okay. Wäre aber eigentlich noch so eine Sache, die man machen könnte, ne? So, komm, wir machen hier nochmal. Ah. Und Schu, toll. So. 400, boah, 735. Lecko, funny, ey. Naja. Gut, Freunde. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Glücklichwerden. 15. Komm mal in den Daumen. 15. Ach, das sind die anderen, die man machen. Naja. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Glücklichsein. Und damit, ciao, mit V. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.